Die heutige Happy Wheels Folge könnte stellenweise etwas merkwürdig bearbeitet wirken und das hat auch einen Grund, denn eigentlich war sie als Finale geplant, kein Witz. Nach Folge 401 gab es nicht mehr so viele hammermäßig gute und eine Menge Pausen, sodass ich dachte, es hat keinen Sinn mehr, aber ich durchlebte einen Sinneswandel und möchte noch nicht aufhören. Insofern habe ich alle Andeutungen auf ein Finale in diesem Video entfernt, sodass es eine völlig normale Folge ist. Viel Spaß. Und ich kann sagen, ich habe schon eine ganze Menge Maps dir angeschaut. Es waren nicht so tolle Sachen dabei. Painted Adventure. Ich muss also mal schauen, was ich überhaupt noch gar nicht gesehen habe heute. Oh, das hier ist doch gar nicht so schlecht. Das ist doch nicht gezeichnet, du. Die Harpune gibt es doch so im Spiel. Oh, einfach nur aber kremen Sie mit... Wow. Voll die Falle. Oh, ja. Das ist doch eine schöne Witz in den Anfang. Federn? Das ist eigentlich ganz witzig, kann ich ja dann im Anschluss zeigen. Das ist doch gar nicht mal so unpassend ist mit den Federn. Oh, vielleicht hätte ich nicht mal lesen sollen, dass da Jump steht. Kann das Level jetzt mal langsam enden? Ich will nicht noch sterben. Das wäre sehr schade. Ja, danke schön. Nee, warum passt das? The Chicken Road. Hat jetzt nicht direkt was mit Happy Wheels zu tun. Du musst halt mit dem Huhn die Straße überqueren. Haben wir ihn nicht geschafft, dachte ich mir, nö, will ich dann auch nicht zeigen. Aber komm. Bam, bam, bam. Ja. Immer schön klicken. So schwer ist das ja auch nicht. Ich habe es bloß zu schnell gemacht. Offscreen. The Tribe. Na gut. Nochmal. Also hier warten. Bis das Gras ein bisschen wächst. Und dann darf ich weitermachen. Hallo. Oh ja, ich beleidige meinen Sohn auch nicht zu knapp. Seid ihr etwa der Stamm? Oh. Das war doch mal niedlich. Und nun ist das ja nicht vorbei. Ja. Golf Card. Ja, los. Und Space to Break. Ah, da oben steht noch mehr. Ja. Ich kann die Leute nicht mehr umfahren. Warum ist das dann... Ach. Ist doch blöd. Ich kann ja nicht mal mal ein richtiges machen da. Was klingt noch einigermaßen interessant. Ja, kommen. Impossible Level noch. Was ich selbstverständlich... Oh, fuck. Doch, ich habe das erste Mal geschafft. Ich dachte, ich war noch am Leben. Ich bin ja auch angestachelt hier. Vor die Videorunde gekinnt. Ja, das wird jetzt der Rest des Videos. Mit so einer Map, die jetzt über 13 Minuten geht. Ey, 3, 3, 3. Nee. The Illusion. Ah, ein 3D-Level. Das geht auch. Kriege ich hier doch noch ein paar schöne Sachen serviert. Auch wenn ich gerade nicht weiß, wie ich da... Ah, er rutscht da jetzt durch. Ich sehe fast gar nichts mehr. Die Map ist auch geil. Oh. Also meine Stimmung hebt sich, muss ich sagen. Das ist wahnsinnig schön. Und ab ins Ziel. Whale-Killer. Sie haben ja auch den Wale gesagt. Nein. Leider nicht. Ich verstehe aber den Gag. Ich soll der Wahl sein, weil ich von der Harpune angegriffen wurde. Das ist so lame. Dieses Konzept ist halt auch uralt. Ja, willst du die Münze noch sammeln, oder? Nö, gut. Too many bottle runs. Ja, nicht nur die. Da gibt's noch andere Konzepte, die ausgeschlachtet werden. Christmas sword throw. Das passt perfekt. Anfang Mai. He don't believe in you. Oh nein. Weg mit dem. Ja, das Schwert ist durch und durch geflogen, ohne dass er Schaden genommen hat. He never give you cookies. He never speaks in proper English. Ich hab noch nicht gewonnen. Ich weiß jetzt nicht, ob es überhaupt ein richtiges Ende gibt. Aber der Typ da ist halt nicht unten. Ja, ich krieg das Schwert nehmen wir jetzt hier. Doch, doch, doch. Komm, komm, komm. Holst du dir? Und? Naja, also an mich ist er tot. Ich weiß halt nicht, ob das Ziel aktiviert wird, wenn alle runterfallen. Ach. Land on platform. And survive. Naja, viel kann ich nicht machen. Ich werde das hochgeschossen. Hä? Was war denn? Oh, warte. Ich weiß, was gedacht ist. Irgendwie... Hä? Okay. Dann, hm. Muss ich wohl doch beeinflussen, irgendwie. Aha. Fast zwar... Also, das interessiert mich jetzt aber. Wie ich das denn machen soll. Ah, uh, uh. No. Ey, was ist das? Jetzt spiele ich so ein Level hier so lange, oder was? Okay, jetzt bin ich in der Ausgangsposition, wo es klappt. Ha, ha, ha. Hm. Snooker. Eww. Eww. Was? Ach so. Fass. Einen Bickle-Run. Ja, bestimmt nicht, ey. Piggy. Piggy. One Piggy. Ah. Ah, shit, ey. Ich dachte, ich komme da gut durch noch. One Piggy. Und darüber. Wo wir schon von, äh, Ausschlachten sprechen, ne? Wenn ich jetzt das Schwein, das nicht geschlachtet werden soll. Oh, nee, da ist Piggy. Das ist weg. Soda. Wett. Der Verkäufer, oder was ist Soda? Ah, ha. Ah, ha. Ah, ha. Ah, ha. Ah, ha. Eww. Eww. Was ist er denn, ey? Ist umgefallen. Finn-Memory. Ist das ein Boss-Fight? Muss ich da über den drüber? Überstürmen, oh shit. Nein, oh fuck. Das ist ne... Ja, das ist blöd. Ich hab nicht diese Mine ausgelöst. Wie? Geht das? Ich muss da runter. Anders geht's nicht. Nein, sag nicht. Ich kann doch nicht durch. Ich schlitter da ganz langsam. Ja, also ich meine, es müsste funktionieren, aber irgendwie... Ja, dein Risiko. Hilft ja nischt. Da ist eh keine Mine oben drauf. Ja, ich werde ja wahnsinnig. Jetzt hat jemand tatsächlich nochmal ein Simon Head Level gemacht, wo wir das in der vorigen Folge hatten. Ist das denn zu glauben? Es ging so schnell vorbei, ich hab's nicht mehr gesehen im Monster. Nee, warte, dann willst du auch richtig... sehen. Das scheint hier mal eben so. Wer wurde denn jetzt? Oh oh oh. Es wird nur da unten ausgelost. Nee, was ist das? Ich bin durch nichts gestorben. Bzw. der Helikopter ist explodiert. mein gott er hat hervorragend funktioniert kann ich euch sagen ich kann bequem rüberfahren nein kein error parkour komm schaffe ich schaffe ich ja ein gesicht also schätze ich mal soll das sein das sieht jetzt eher aus wie ein penis schon wieder und nun so rest ist ein play test jetzt hat er noch nicht mehr getestet ob das hier funktioniert hat stop nein hier ist am text was da was wie kann man das denn nicht play testen ob das überhaupt funktioniert ich habe es gemacht ich habe es gemacht ich habe es gewonnen kakt in die mitte kommt erst mal erst mal erst mal jetzt mache ich doch ein paar ausnahmen dass ich was nicht zeige weil so schön wenn es dabei war damit ich das nicht ruinieren mit zeug was ich so auch nicht zeigen würde das war schon wo ich die axt benutzen soll clever aber es sah nicht so aus dass das ist wo man extra was fällen muss gedacht vielleicht ein baum oder so interesting quest war so interesting dass ich erstmal gucken will wer die gespielt hat nö hier zehn münzen brauche ich und so wird das nicht aber wir reinklicken sonst startet er nicht mit mir er wüsste was ich brauche die menschen nicht ich war so in z links auch damit gesehen das verdächtigt z ist das ein checkpoint oder was ich kann doch nicht lesen also interessant ist es auf alle fälle ja allmählich ich weiß dass eine durch die schnitte nicht wie lange das video schon ist wird wohl zu einem ende kommen oder die lost world ich auch mein freund danke danke dass du mir das zeigst der sieht aus als ob er da voll offen ist hinten das fleisch wird enttönt ohr alter was ist das denn für eine fette sau kack dir da was ist das da iiii warte mal das ist voll im scheißen ey hahaha er hat die beste frise ich hätte eine zähne verloren durch mich klinko warum eigentlich nicht mal sehen was ich erwische wünscht mir glück das entscheidet jetzt wie die letzte map endet oh mein gott nein oh mein epic win wär so hammermäßig gewesen und das war es mit der zum glück noch nicht letzten happy rules folge die maps in dieser woche haben mir mut gemacht die motivation kommt doch irgendwie immer wieder zurück bis zum nächsten mal also tschau ja komm jetzt nein 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 oh gott man das ist doch nicht wahr ey verdammte scheiße wer so gotiert gotiert have kom Vielen Dank.